Was das Experience Festival einem bietet, ist auch etwas, was man nicht so oft hier in Deutschland oder auf der Welt bekommen kann. Ganz viel Yoga, ganz viel Tanzen, ganz viel Musik, Instrumente kann man lernen, meditieren. Hier wird sich auf Augenhöhe begegnet, das hat man in vielen anderen Festivals nicht. Nicht nur einfach feiern mit Menschen, sondern für sich selbst wachsen. Das Experience Festival ist für mich Warmherzigkeit, Offenheit, Spaß, Gemeinschaft, Spiritualität, Musik, bunt, laut, vielseitig, Liebe, Glück, Zusammenhalt, Freude, Herz öffnen. Wenn man sich selber weiterentwickeln möchte, ist man hier genau richtig. Das ist schon sehr einzigartig. Jeden Tag ist ein Abenteuer, ganz genau.